Hehehehe Ähm ähm So So weiß es noch jeder also wir kloppen den ersten Wir kloppen den... Okay, krieg mal bitte Asset Dann kann ich nämlich nachher einen marken Achso, ja Hm... Schattenmage Assist, please Was? Danke So, also wir kloppen den ersten um Dann mark ich einen, dann kloppen wir den um. Dann wird Kampfrausch gezogen, dann kloppen wir die vier um. Dann kloppen wir den Rest um. Also bei Kristallbeschuss läuft ihr rechts raus. Also wir machen als Gruppe. Ich nehme mal Kwarf kurz aus Max, damit sich alle an mir orientieren können. Ja. So, ich bin hier. Warte, nee, Stern gefällt mir nicht. Drachenfähig. Alle sammeln sich immer beim Drachenfähig. Leute mit Kristallbeschuss laufen rechts im Halbkreis raus. Und wenn der Berg kommt, laufen wir nach links. Meinst du eigentlich eher schweben? Ja, dann halt schweben. Ey, woher weißt du das? Trotz mal aufkauen. BH wechseln. Du mal eine Minute weg. Wir sind nur wechseln. Und was mit Mario, wenn der auf seinen Pony vorbeigelaufen kommt? Ja, der haut dich dann um. Achso. Ist ja doof. J-Shit, ganz ruhig. Ich humor. Der Boss liegt da gleich. Ich will das Drachenfähig haben. Nein. Ist höchstens Kondom. Ist sowas wie du nicht nochmal passiert? LOL. Die alte ehrwürdige japanische Kunst ist verhüllendes Gesicht. Okay. Wisst ihr noch, warum Esko auf einer Autobahn gezeugt wurde? Dass es da die meisten Unfälle gibt, LOL. 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 Was ist denn weg dem schnellen Verkehr? LOL. LOL. Ja, das weiß ich nicht. Kann auch daran nehmen. Ich hatte jetzt mal von Smosh einen schönen Artikel gelesen über die schönsten Witz in den Powerpuff Girls. Weil, äh, hieß es ja, also in dem Vorspann hat der Professor ja die aus Versehen per Unfall getroffen. Und dann kriegen sie auch eine Freundin, die sagt, ja, ich war auch ein Unfall. LOL. LOL. Mal sehen, ob Craft streamt. Stell dir mal das, stell dir das mal vor, weil Eltern kommen einfach so Zeug. Ja, eigentlich ist es... Hat hier mal bloß 2 gegen 2 Arena? Natürlich, weil wir hier Gilden Raid machen. Weil wir immer 2 gegen 2 Arena machen. Wenn jetzt nicht alle bereit sind, mach ich mit Craftn-Duell. Alle bereit. Kade. Oh, scheiße, das hätte ich jetzt abgebrochen extra. Wirklich, das heißt gegen 1. So, ich fang jetzt an. So, alle zum Drachen-Fier-Eck, bitte. Alle zum Mammut. Hm, Hashtag. AR kommt erst, wenn die 4 da sind. Und guck, Hashtag. Jetzt halbe Schuss rechts und berglinks. Berg-Rechts. Im Mountain. Wo ist rechts? 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 Rechts. Rechts. Jetzt sind da. Erst auf das Kleine. Zieht das mal bitte zum Boss und komm mal hin. Das stimmt gar nicht. Kann meine Hand auch drehen. Ja, und dann ist sie kaputt. Rechts. Boah, ich kann nicht mehr spielen. Nach links. Links. Links laufen. Du Kommunistenschwein. Ach, Beschuss. Wo ist er denn jetzt noch da? Ey, geht das jetzt los wie bei dem Scheiß-Beschuss, oder was, he? Ja. Echt schwer, ne? Jetzt kommen gleich random Späher auf einmal. Ich setze mich gleich auf dich, weil du hast nichts wie im Sofa. Ja, richtig. Ich denke auch, du wärst ne Couch. Ja. Nächste Ad ist da. Du hast es, wo kein Alkohol braucht, um nackt zu sein. Ja. Ich hab auch so immer nackt drauf. So, haut die Ads um, bevor der Boss fällt. Trept! Trept! Oh, scheiße. Trept! Oh, du Kacken. Ey, echt. Sorry, ich hab den Boss schon ne Woche nicht mehr gemacht. Wo kann man sich das Head noch umhauen? Wir müssen Trap wieder hier durchziehen, ey. Wo kann man sich das Trap beschweren? Den Boss seit nem Monat nicht mehr gemacht. Ja, auch nicht. Weil ich hier nichts mehr brauch. Wenn ich zu krass bin. Vielleicht Trap melden. Wenn ich zu krass bin. Vielleicht der Anzeiger ist raus. Fick dich doch, du scheiß Boss, ey. Oh, der Rage. Jedes Wort muss gepiept werden. Fünfmalch Kristallbeschuss viermal auf die UCO. Verdient. Ach, weißt du. Ich sag einfach, YouTube ist ab 18 Uhr. Dann darf man das erst ab 22 Uhr anklicken. Passt. Dann machst du halt einfach ne Sperre rein. Wo man nur angucken kann, wenn man wirklich einen Account als 18-Jähriger gestellt hat. Wow, diese... Was macht er auch jedes 12-Jährige Kind? Ich blende einfach nur ne äh... Du musst Trap an die Sperre ein. Kommt mal jetzt. Okay, wir ändern die Richtung. Berge jetzt nach rechts und Kristallbeschuss nach links. Ja, ne genau hier, Detonat. Nee, bis weiter nach rechts sonst. Nach links kommen wir ja gar nicht mehr. Ja, deswegen... Deswegen gehen wir jetzt bei dem Berg nach rechts. Ja, mein... Achso, ich meinte ja bei Kristallbeschuss nach rechts, aber... Ach nee, bei Kristallbeschuss geht es nach links. Um den Berge rum. Warum? Ich höre die Leute doch nicht so, Mann. Das ist doch nur ein einfaches Richtungswechsel. Ne, das ist aber zu viel. Ja, in Juicio, ne? Einer läuft rechts und einer läuft links. Schön aufspalten. So, technische Unruhe. So, haut den um. Kampfrausch kommt dann gleich. Einen markieren doch schnell. Ich hoffe, ich krieg die alle... Ich markier dann einen. Ja, bitte. Ohohohoho, Detonat. Schöne Anal-Fehlung. Oh, what the fuck. Warum hab ich Agro? So, hat ein Mark. Kampfrausch kommt. Ja. Was sie jetzt haben. Hab ich sie alle? Äh, Kristallbeschuss. ETF! Alter, ich bin hier mittendrin in der Scheiße. Wenn ihr uns umbringen wollt, schreibt vorher wenigstens irgendwas mit Alar an. Wissen wir Bescheid. Aua, Hacker. So, boah. Hacker, Bauer. Ich glaub, die Gruppen können jetzt aufgelöst werden. Hallo, Hacker. So, der erste fällt jetzt. Kann ich noch einen anderen Marken, bitte? Ja, mach ich. Noooo... Für mich nicht zu Hause läuft das, was weiter raus kannst. Kannst du in dem Schuss? Kannst du in der Siegerhundung einfach durchlaufen? Möchtest du weiter nach rechts mit der Gruppe? Fuchs ist an. Du, Fuchs du... Geht nur auf Totenkopf und nicht auf Kreuz. Ich bin ETERNAL Ich bin ETERNAL Ich bin ETERNAL Wo ist Morell da? Wir können uns wieder als Gruber versuchen Kommt mal zu Drachenfix Nein Nein Alter ich dachte 5 Sekunden Das ist wirklich Easy Ach Leute So ich mag wieder einen Juhu das war's oder? Ne einer macht jetzt nur noch 4 Turkisch ist 1 gegen 1 Kampfrausch Jetzt Achtung Ich hab meine Mutter beleidigt Ach Quatsch Ja Kampfrausch wird bei den ersten 4 gezogen Ich hatte doch schon einen gemargt Ich hab mich doch entschuldigt Achso ich hör nicht so gut hin Trap wird nur nicht selbst geben Das liegt an der Erdnussbutter Trap ist damit beschäftigt Den Cyberschuss in eine Gruppe zu leiten Wahrscheinlich Auf Konzentration Ich hab den Boss seit einem Monat nicht mehr gemacht Ahja Geht doch auch nicht Ich schon Das zählt nicht auf Ich bin ein Mountain Die überall rote Scheiße Oh Alle Chili essen Das ist Blutshit Alle ihre Tage Schipotle chili ade Deswegen hat sich Trap das auch mit dem Monat gemerkt Amel Hast grad Oh jo Danke dafür Vor genau einem Monat war's Was? Ich erinnere mich noch als wir erst gestern gelesen Der Blütetrap zu einer wunderschönen jungen Frau Kann man sich ja mit den Nies zusammen so ein schönes Tagebuch machen? Ja Ey, erst kurz sieht das doch rote Zeug aber auch genau durch Vaginal-Tagebuch Yayyyy Nein, nein, nein War Farnstube auch für Stry Ja, ist alles gut So, komm, der droppt jetzt den Stab Jo Ja, den krieg ich Uuuuh, die Schultern, uuuuh, die Schultern Okay, ich hab Anrecht Ich hab genauso Lied auf den Schultern, uuuuh Da hast du Pech, du, das sind meine Ich hab Anrecht auf den Stab Nein Vor allem ist da kein Sockel drin, das heißt da geht Multi-Strike runter Nein Ich hab ein höheres Anrecht auf den Stab Wichtig ist nur, dass... Oh je Oh je Nee, das zählt nicht Esko wird verbannt Easy Alter Esko wird verbannt Esko wird verbannt Esko wird verbannt aus dem Land der Stablosen auf jeden Fall Mein Stab Ach komm, das ist doch unfair, Alter Find's geil, find's geil, wie Morell halt noch so würfelt, so nach dem Motto, die Hundert topp ich jetzt, Alter Kommt wieder rein Das ist doch einfach nur unfair Wie war das grad eben? Ich brauch hier nix mehr aus der Instanz, hm? Ja, nicht wirklich, aber den Stab, der ist so... Ja, ne, ich will den eh nur dessen, sorry Ja, dann gib her, den eh dessen Schnell So Ne Elf kommt, ne Elf kann ich schlagen Yeah BTF? Achso, hä? Ne, doch LOLL Nein, Alter 69 Deatonaut Deatonaut, ist das jetzt ernst gemeint? Ja Wieso? Achso, ne, ihr habt beide ein Item, okay Ja Dann passt das wieder, dann hat die Kraft gewonnen Ich bleib jetzt hier stehen, bis ich meinen Stab kriege Gut, hab nix gesagt Ja komm, ich zieh mich nackt auf, dann kriegst du den Stab Nett Yeah Yay Nice So, jetzt setz ich mich nackt auf dich drauf Pass auf Und ihr wolltet was anderes gehen heute So, ey Na Na Ne, ich bleib jetzt hier stehen, bis ich meinen Stab kriege Esko versuchst, äh, dich da raufzusitzen Er sieht aus wie ein Sofa, ich muss euch draufsehen Das war so geil Ich verfolge ihn jetzt durch die ganze Instanz, sonst ist nackt Wow Renn Dittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt Ja, ich glaube jetzt hier stehen bis ich mein Schlaf... Nein, 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 die Heuerecke ist da vorne erst bei Ogron-Svillings. Muss ich den immer ankommen? Ach, du musst dich bei den Ogron-Svillings hinstellen, du musst mal machen. Will der gar nicht mehr mitkommen? Der muss arbeiten, also der ist glaube ich immer erst 6. zuhause. Wer will mitkommen? No Facts. Moshy. 6 Uhr, da kann man doch essen und dann herankommen. Ja, keine Ahnung. Der stürzt sich immer so zwischen Hearthstone, LoL und WoW. Mal 3 Monate komplett im Game und vernachlässigt dann die anderen beiden. Jetzt WoW gerade wieder, nach den 3 Monaten sind vorbei, jetzt wieder Hearthstone dran, dann LoL und dann kommt da WoW wieder. So Trapped, guck mal auf, äh, Fack, Nufax gleich mal wie er die Situation damals geregelt hat. Ja, ich bleib da jetzt auch stehen. Ach, okay. Ich meine doch nicht den anderen Hexer, aber guck. Okay, langer. Nein, gönn dir. Der Hexer ist auch nicht nur für Hex. Okay, jetzt muss ich jetzt die neue Verzauberung wieder drauf. Scheiße. Ich weiß. Ich wollte nur wissen, was mit dem Bödefeld ist. Er hat viel zu tun. Die Weiber weiß nichts aus. Oh, ja. Ist er schwanger oder was? Ja. Okay. Wird Monat. Ist ein sehferziger Mensch. Ich hoffe, er nennt sein Kind Moral. Na, das bleibt wirklich eigentlich nur zu hoffen. Ja, weißt, wenn's, äh... Mag's nicht Kevin heißen. Alles gut. Er rufen so immer Leute an, so, ja, ich hoffe wirklich euer Kind ist gesund und so bei der Böde. Rufst du an, so, ja, ich hoffe euer Kind heißt Moral. Ja. Okay, nur zu hoffen nicht. Ja, ich hoffe euer Kind heißt nicht Kevin. So, neuer Start. Gleich mal in Erektion. Geht's einfach hin. Tschüssi, aus London heißt Moral. Ey, wir müssen aber den sechsten Boss noch schaffen, bitte, ja? Jo. Ne, du kriegst den Steinbrüder nicht. Weil ich die Waffe haben. Ne, krieg dich drin. Ey, du kriegst jetzt gar nix mehr. Wollen wir den ersten Ludwig auch den noch versuchen? Wollen wir den ersten Ludwig auch den noch versuchen? Wollen wir den ersten Ludwig auch den noch versuchen? Wollen wir den ersten Ludwig auch den noch versuchen? Wollen wir den ersten Ludwig auch den noch versuchen? Mythisch. Du musst die Schultern jetzt abnehmen. Ja, aber den ersten auch noch mythisch versuchen. Wird irgendwie kontinuiert. Frag einfach nochmal. Nein. Ob wir den ersten mythisch dann vielleicht noch versuchen wollen? Können wir gerne mal machen. Vorerst aber den sechsten noch. Ja, wir sind bloß keine 20 Leute hier. Ach ja, scheiße. Oh, lol. Vielleicht legen wir ja Kaiser HC First Try. Ja, natürlich. Ja, für die Heldentart. Aber ohne mich, ich muss ja hier in der Ecke stehen bleiben. Das tut mir jetzt gleich. Ja, das stimmt. Du Pixel hast doch nicht. Ich hab den schon gemocht. Du tankst die. Sehr geil. Leute. Ich hätte den Stab, den bekommst du nicht nur einmal bekommen. Passt doch. Oh, hier ist wieder schön. Oh, werde ich gleich springern? Bleib jetzt hier stehen, bis ich mein, was war'n das überhaupt? Schmuck? 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 Ja, bei... Esko klaut allen den Ludwig, ne? Ja, ich hab'n riesen Lied, hallo? Hätte noch einen 4... 645er. Ja, aber ich hab' das viel mehr verdient als du. Ja, esko, esko, esko. Ja, da braucht man auch einen Pet. Ja, esko ist wie Krebs. Wenn du denkst, hast du ihn besiegt, ist er plötzlich in deinem Arsch. Das ist ganz schlimm. Traurig, aber wahr. Ja. Hi, kräft. Hi. Ich dachte, ich hatte dich besiegt. Doch dann? Doch dann hab' ich mich nackt ausgezogen und mich auf dich drauf gesetzt. Daaaammn. 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 Ja. Ja, beim Raiden hab' ich Webcam in der Regel tatsächlich aus. Ah, sie liegt hier neben mir. Sie ist mit Katzenarm bedeckt, weil meine Katze drauf lag. Hm. Das sieht so aus wie ein Wookie nächstes Mal. Wer heißt deine Katze? Das ist Esco. Oh. Oh. Das ist natürlich auch sinnlos. Daaa ist keine Bonusrüstung drauf. Schalalalala. Daaa ist Kred drauf, das brauch ich. Daaa ist keine Bonusrüstung drauf. Aber ich hab doch nichts gesehen. Ey, mal ganz ehrlich. Ich hab doch schon einen Umhang. Hat WoW echt irgendwie Stoff rausgepackt bei Random oder was? Ja, natürlich. Warum hab ich denn eigentlich schon einen Umhang? Manu, hab ich voll vergessen. Es gibt hier keinen Stoff mehr. Ja. Brauchst du den jetzt? Umhang ist das Stoff. Ne, ne, ich hab schon einen. Ich hab vorhin schon einen. Ich hab vorhin schon einen, ich hab' ich ausgeblendet. Oh. Damn nice. Hast du den jetzt? BEMBERLEFT! Ninja! Kickbitters! BEMBERLEFT! 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 Alter war scheiße, ne? BEMBERLEFT! BEMBERLEFT! Oh, das war gut. Ja, würfelt mal. Er braucht doch keiner, oder? Ja, ich glaub' auch. Ich glaub' auch. Ich glaub' hab' ich's auch einfach genommen. Nein, kriegst du meinen Schamanen nehmen. Ich will ja auf meinen Schamanen eh wechseln. Allgemein so. Prost. Esco, was? Wunder! Alter! Da wird 50 gewürfelt, ne? Was? Erstmal wird das für die, äh, Gruppe verkauft. Ja, ihr braucht... Ja, stimmt 50. Esco hat einfach nur Würfeltypen. Das gibt's einfach gar nicht. Ihr Gierigen, Alter. Ihr Gierigen. Esco ist einfach... Damit ist nächste Woche nämlich schön... Ja, ich bin einfach geil, ne? Kann Bulias nämlich nächste Woche schöne Gilde wechseln? Spolius heißt das immer noch. Ja, stimmt jetzt, wo du's sagst. Ja, wie kannst du denn das gestern einfach so im Stream sagen? Was denn? Mein wunderschönen Namen. Mein wunderschönen Namen. Er wurde verhundet durch Teuflische Pläne von Denise und... Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh... Dingsbums? Ja, Bingsdings. D-Darling. MC Sterling. Nein, Sperling. Ach, Sperling, okay. Ja, aber er heißt... Spermink. Spermink, ja. Nein, beim Sand haben sie ihn Sperling genannt. Deftig. Er ist Sperling. Ja, da schreibt man dem Craft mal, dass eine neue Version von Modelführer online ist, und dann sieht man so, oh, der streamt ja gerade. Jo, nice. Well played. Ich krieg's ja ja ne E-Mail, ne? Ja, nur du. So, ich bleib jetzt hier stehen, bis ich meinen Stab kriege. Ja, ich hab den schon gemocht, den kriegst du eh nicht. Du kriegst dann ne E-Mail mit, äh... Der Craft ist Rebeamed. Bitte, bitte, schreib mir nicht an! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ah! So! So! Brauch jemand noch was zu essen? Noch nicht! Sagen wir ja Stom dann! Ich brauch nicht hier, aber ich hab auch noch... Äh, 13 Minuten geht meiner noch, ja. Jaja, dann schaffen wir ja noch ein bisschen... Alter, schönes Schnitzel mit Porn. Boah, ich hatte heute Steak! Du Sau! Mh, auch lecker! Ist der der Pancake? Ich hoffe ja nicht von der Crew, ne? Ich hoffe ja nicht von der Crew! Ähm, Polias, denk dran, hier kommt Feuer, ne? Was? Wo? Feuer, ne? Bei den Bossen. Ehrlich? Feier, Feier, Feier! Ich wollte eigentlich so stehen bleiben. Feier! Gott!